Einmal Money sammeln, weil wir haben ja immer noch Sachen zum Freischalten. Die paar Urgenschaften kriege ich bestimmt noch zusammen. Hey, das ist erst Level 4 in den Bergen. Oh je. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren es neun Dungeons in den Zwergenminen. Also da habe ich noch was vor mir. War es zumindest das letzte Mal. Was haben wir denn jetzt hier? Mechanical Menace. Ach, das ist das mit diesem Roboter-Ding da, glaube ich. War das. Oh Gott, wir werden auf Vampire stoßen, Glitzersachen sammeln und wahrscheinlich hier unten Mechanical Menace war deren Atomaton da, den die da gebaut haben. Bisher war ja eigentlich bis auf so Feinheiten sonst ziemlich identisch mit der Nicht-Ultimate-Version. Deswegen gehe ich wirklich davon aus, dass die Anzahl der Level dieselbe sein wird. Ich bin mir noch immer noch nicht so ganz sicher, was mir die Münzen eigentlich bringen. Weil extra Gold bringen sie am Ende eh nicht. Das wird schon wehtun. Ich werde dich mal auf Predictable schalten. Auch wenn ich das damit nicht blocken kann. Nein, dafür hätte ich den Tand jetzt gebraucht. Ah. Okay. Oh. Nice. Kann ich das aufheben und das nutzen. Leider hast du Tenacious. Block roll. So. Ach, du kannst dich nächste Runde gerne selbst töten. Du kannst dich damit gerne selbst töten. Dankeschön. Oh Gott, die ganzen Heilfähigkeiten vom Spruchspackle. Wenn der Dini von Anfang an hätte. Oder das. Dann krieg ich die Kay. Die Kay ist doof. Cutlass passt aber irgendwie zum Spruchspackler. Gib mir Tenacious. Ah, kriegt schon einen. Oh, das. Ich muss mich aber mit den Vampiren anlegen, ne? Und da sind Stufe 3. Der ist clumsy. Blocks sind zweimal effektiv. Du bist Klaus de Fö. Magische Angriffe habe ich nicht groß auf dir. Aber ich denke, sein Clumsy mit meinen Heilfähigkeiten sollte gehen. Der ist nicht so geil. Aber gut. Jetzt bist du clumsy und die Kay. Okay. Ach, das ist kuck. Nein. Jetzt weiß ich, was du vorhast. Und... So. Die Kay da noch oben drauf. So. Zack, 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 zack. Und die Kay. Der macht sehr viel magischen Schaden. was mir nichts bringt. Äh. Ich konnte das die Kay leider nicht so krass nutzen. Schade. Ich hätte das gerne mehr genutzt. Äh. Ja, dann bist du weg. So. So. Das Roche-Buggler spielt sie echt gut. Das... Das letzte Mal habe ich sehr viel äh... Grail Knight, also Grails Ritter, gespielt. Muss mal gucken, ob ich das aber auch vielleicht nochmal mache. Blade bis auf 4. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht für ihn. Frail für 6 Runden auf den Gegner. Das würde aber noch defensiver mitbringen. Fat Curse finde ich nie so geil. Magisch ist doch halt wenig. Oh. Gegen die Vampire werde ich schon noch was Magisches brauchen. Aber ich nehme erst mal das. Die Vampire waren schon etwas gefährlich. Ich könnte mich nicht einmal mit einem Golem anlegen und dann brauche ich eigentlich nur noch darunter. da kriege ich noch ein Fade und da auch. Was hast du? Tenacious. Ugh, Tenacious finde ich doof. Ich gucke, ob ich da für die Kiste ein anderes Monster bekomme. Wenn ich den Vampir totkriege, kriege ich den anderen vielleicht aber auch Platz. Ha, 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 okay. Wir machen ihn fragil. Das wird ihm jetzt aber wehtun. Ich denke, mit Frale könnten wir den Vampir auch platt kriegen. Zack, schau auf. Das blockt er natürlich. Einen blutenden, fragilen Golem. So. Mal gucken, wie lang es dauert, bis du umfällst. Ich glaube, du fällst jetzt um. Was hab ich denn da das für Effekte draufgehauen? Achtung, meine Güte. Hm, Thermo-Unterwäsche. Da war Feuer drin. Boah, das ist ein Däger klingt natürlich auch nicht schlecht. Ich will Frail behalten. Ah. Hm. Damit fällt mir ich halt auch Frail. Hey, ich nehm die. Ich will Frail für den Vampir will ich das behalten. Ja, er hat damit ein extra Herz wegen einem Minion, aber ob ihm das was bringen wird? Hm, boop. Kann ich blocken? Aber da ich es nicht voll blocken, kriege ich keinen Schuh auf. Das ist aber, ja, deswegen wollte ich schon ein bisschen magisch haben. Der macht ja nur magische Angriffe. Meine Fresse. Ich denke, ich die zwei an und mache Predictable. Ah, ich mache Predictable. Nur wenn ich weiß, was deine nächsten Karten sind. Das bringt mir auch nicht viel. okay. Shannon, ich glaube, es war schön mit dir. Ja, Shannon, war schön mit dir. Oh Gott, wie viel Favour habe ich. Voll blocken kann ich das nicht. Sabotieren kann ich das. Da kommt aber halt die da. Was auch nicht viel besser ist, ne? Ne, Shannon, war schön mit dir. Und schon ist der erste Dengenieur tot für heute. Ja, irgendwann schon. Ich hätte dann. Ich hätte vielleicht doch das Frail aufgeben sollen. Naja. Das war jetzt nicht so geil. Was nennt man jetzt? Snowledge Ultra Trump. die Snowledge hat halt Ja, ich glaube, die kommt besser gegen den Vampir. Ultra Trump hat diese Deft Beides Sachen. Ich glaube, du bist besser wandern. Du. Wir nehmen den Albino. Aufkommen. Ah. einen zweiter Anschluss will ich schon schaffen. Soll er nicht nochmal spielen? Das tut weh. ich will auch nicht, dass er das nochmal spielt. Warum zieht er jetzt nur diese großen Karten? Verdammt. Au. jetzt wäre die Heilkarte gut. Na shit. Bringt mir auch nix. Der hat ein Leben zu viel. Außerdem Tenacious. Ich krieg den nicht tot. Ei, ei, ei. Jetzt scheide ich schon an den blöden Goblin. Ja. hoffentlich nicht bye-bye fly, Mann. Ich kann mir gerade ein Wehtöchel in Kiste bauen. Okay. Ich kann die erste Kiste looten und dann mich mit einem Vampir anlegen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ja, das kann man einstecken. Das war Retribution. Okay. Hm. Das ist weg. Das sind zwei Schaden. Zack. Kann ich einstecken. Und mit dem bist du tot. Ach, verdammt. Nein, das hat natürlich gepasst mit dem Denkfehler gemacht. Aber ein Denkfehler gemacht. Ich werde trotzdem Ultra Chump nehmen. Der sieht aber schon ein bisschen alt aus für den Job. Aber gut. Nein, das war so schön mit den zwei Favor Räumen. Ach Mann. Das wäre so genial gewesen, die abzugreifen. Mensch. Retribution schon, da ist ein fieser Angriff. Nur Angriffe, die ich nicht blocken kann. Ist aber auch etwas ungeil. Das kann ich blocken. das würde ich überleben. Und dann kann ich mit der Schnellattacke dich töten. In der nächsten Runde. Ja, kann ich dich trotzdem töten, weil einer geht durch. Zack. So, jetzt haben wir es mal wieder geschafft. Rauf ist gut. Okay, auch. Extra Herz. Da ist Rift dabei. Ah, Fire und Racken. Fast Attacks hat er ja schon. Was ich bräuchte, wäre eigentlich so ein bisschen fast defensive eher. Ich nehme das mal gegen den Heils rüber. Ich habe zwar Cover als Verteidigungskarte da geht es schon wieder los mit Magie. Ich will mal was anderes machen als den magischen Schaden für Dami. Sehr magisch hier in der Ecke. Miep. Ich sehe schon den nächsten sterben. Ach du meine Güte. Den HP bekomme ich trotzdem gut geschrieben. Ja, es verschafft mir eine weitere Runde und einen Schluck trinken ist eine gute Idee. Das fängt ja mal wieder geil an heute. Ach du meine Güte. wie viel waren das jetzt schon gleich vier stücke. Fünf? Nee, vier. Fängt ja wieder gut an. Ach, Ohati reinkarniert als Ultraschamp. Okay. Das ist jetzt der junge Ohati. Wahrscheinlich. Er ist wieder zurückgekehrt aus dem Grab. ab. Ui. Zwei davon block ich weg. Danke. Das wird wehtun. Wenn ich das mache. Vier und zwei. Ach Mann. Komm hier am Tenacious nicht vorbei. So komm hier am Tenacious vorbei. Ha 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 Yep jetzt komm hier am Tenacious vorbei. Verzieh dich Goblin. Meine Güte. Bier Feuer Ich bräuchte Feuer defensiv. magie defensive extra herz extra karte extra herz ich gehe aufs extra herz meine Leute sterben hier die ganze zeit leidere wieder ein clattering bones oh je schaffen wir diesmal eins weiter schauen wir mal die kiste beobachten wir nur von weit dem aktuell das ist furchtbar wenn es der vergang und der ist lieber das kann ich nicht dafür kann ich dir hier wehtun ohne dass du es blocken kannst das würde ich noch überleben kann ich mit eis los die ich eventuell nicht so umhauen ja okay dieser oha die lebt holi holi noch ein extra herz und ein bisschen verteidigungskarten das ist das was ich suche naja jetzt gibt es natürlich drei monstern rolle hat er mit welchen nicht anlegen kann ich die wird magisch sein garantiert hatte wenn ich aber die platte kriege kriege ich den inhalt der kiste ich habe zwei extra herzen das kann ich nicht mit blocken schade wenn ich mir das herz wenn du mir schon macht so ich muss dann tenden ist ausschalten konzil Uff. Spit acid. Hört sich fies an. Ah. Drei Punkte. So. Heilt sich dann um eins. Verdammt. Deine Hütte. Oh, dann ist dein Tenacious wieder. Dann ist es nämlich ein Punkt zu weit. Den magischen Schaden kann ich blocken. Tenacious. So, jetzt entscheidet sich's. Uff. Uh. Wenn es das mit den Schnellattacken nicht gäbe, wären wir so aufgeschmissen. Oh, liebes Drei. Das hört sich doch gut an. Das ist Offhand. Verliere ich nur mein Extraherz. Damit bekomme ich Ignite. Das wäre halt offensiv. Und Fury. Und Fury. Mehr Physical. Wow. Verlockend. Ignite ist halt schon nice. Heilt mich allerdings. Heilen oder Ignite. Ignite macht halt Schaden. Pro Runde. Und Fury. Und Fury. Ich kann das extra Herz behalten. Ich nehm das. Okay. Was haben wir denn hier? Achtung, meine Güte. Verliere ich aber, sie Ignite wieder. Na ja, ist mir zu physisch. Gegen den Vampir ist das nicht gut. Ne, ich brauch ein bisschen die Defensive gegen magische Angriffe. Ja, die Ultimate Edition hat halt jetzt die drei DLCs, die ich vorher nicht hatte. Plus halt das verbesserte System mit den Favors. Aber den ganzen DLC-Kram haben wir ja jetzt gemacht. Das war einmal die Schneewild. Und die Piraten. Und was war das dritte? Es waren drei DLCs. Ich komm grad nicht drauf. Hm. Und ansonsten sind die anderen Level ja wie vorher auch. Nur halt ein bisschen verbessert. Die Zwergenwelt ist nicht neu. Nein, die war der Abschluss das letzte Mal auch. Ich zünde den Vampir an. Mwahaha. Nein. Ah. Das war ja nur ein Block. Einschaden. Ich hab mich für einen Moment vertan. Mep. Na, der will mich aber hier unbedingt mit seinen magischen Angriffen vernichten. heilt sich. Und das kann er nicht verhindern. Nö. Der versucht mich abzusaugen hier. Das ist gut. Einen kann ich verhindern und das kann er nicht verhindern. Jetzt bin ich im Fury-Modus, mein Freund. Jetzt macht das hier mehr. Ganz stupide, die Karten da beim Jump, die sind jetzt natürlich gefährlich, wenn der Fury hat. Schmö. Ach, Gladi, was du wieder denkst. Hö. Brace All aus Armor Glass. Das ist nice. Ignite verlieren. Aber Blinding Light ist natürlich... Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ähm. Jo, dann... Bringen wir es dann immer an den anderen Vampir weg. Das sind so die Verteidigungskarten, die ich eigentlich vorhin die ganze Zeit haben holte, aber die ich bekommen habe. Äh. Damit sollte das doch jetzt erledigt sein. Ja, ich halte mich mehr am Blieben. Der Fury habe ich halt jetzt nicht mehr, ne? Also kein extra Schaden, wenn ich unter meine Hälfte da falle. Aber... Ich habe jetzt mehr Verteidigung gegen deine blöden Magischen Angepfe. Kann ich nicht komplett verhindern. So. Der wird wehtun. Hau ich damit auf jeden Fall einen raus. Oder dann... Ne, hier mit... Ich könnte den noch gebrauchen. Zu finishen halt. Dann würde ich ein extra Karte ziehen. Äh. Ich hoffe, das bereue ich jetzt nicht. Die war ein Schild. Jawohl. When it comes to violence, you will be outdone. I hope for their sake. You've had enough. Ne, Bade. Wir haben noch nicht genug. Ich habe doch erst angefangen. Ich habe es eben das erste Mal geschafft, diesen... Level zu machen. Sammle drei Edelsteine. Oh Gott, wie bescheuert sind denn die Wege da. Ach Gott. Okay. Äh. Da du so eine Kurve bist, werden wir wohl dich nehmen und zuerst nach links gehen. Das exklusive Zeug, mit dem lege ich mich nicht nochmal an. Das war nervig. So. Ich habe jetzt Growth Plus 1 im Gepäck. Das ist nicht schlecht. Wenn ich die drei Schaden mache und du dir einmal selber... Fehlt noch ein Punkt. Äh. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Zack. Dann fehlt nur noch der eine. Dein Tenacious dürfte mich... Äh. Ah. Verdammt. Begreifen. Aber das kannst du nicht blocken. Und ich heile mich um eins wieder hoch. Bin deshalb nicht auf null und du stößt. So. Das war's. Ah. Und ein leckeres Fass rum. Wie auch immer, das Mindstrike, ja, extra Herz. Okay. Hm. Hackebeil. Für Remote. Hm. Was habe ich da unten für einen Gegner? Er hat Elementar. Ja. Ja. Da gibt's Fury. Ich denke, das könnte mir was bringen. Was ist das für eine? Power. Power klingt gut. Clattering Bones halten ganz schön was aus. Ein Geist. Tenacious. Einen Weg, der mich weiterbringt, kriege ich hier nicht. Ich könnte mir extra für den Felver den Geist hier in die Sackgasse stecken. Das klingt doch nach einer Idee. Dann stecke ich das da. Dann gehe ich mit dem Fountain of Powerboost an den Geist, der zwei Leben weniger hat, weil einer Sackgasse sitzt. Ich wehre mich erst mal. So. So ein ganzes Fass rum, da hat man schon eine Weile was von, glaube ich. Na, gladi. Okay. Okay. Kann ich nicht heilen. Du aber auch nicht blocken. Ich hab Fury. Und wenn du... Haha, du kannst nicht genug machen, um das zu... Äh, du hast nicht genug Schild, um das zu blocken. Weil ich durch Fury extra mache. Hat das gerade voll gepasst? Das Graf-Sylos. Oh. Der Kultisten-Holi. Na, hier. Zweimal Holy. Die Stupidity-Karte. Die macht bei ihm ja nichts. Okay. Bis zwei. Holy bis zwei. Da ist Holy bis zwei und Fire. Ah, da hätte ich... Mein Strike and Focus noch. Das klingt doch ganz nett. Sollte mir auch gegen den was bringen. War der nicht? Mundane? Ja, genau. Ah, guck mal an. Was haben wir denn da? Spider-Drill. Ah, Bulwark ist kacke. Könnte ich ne Vampir... Ja, ich könnte wenn schon ne Vampir schaffen. Der hat halt Bonus von dem Element da unten. Und dem Golem, den ich ihm aber noch gleich klaue. Ey, du solltest eigentlich zu dem Geister hoch. Naja. Dann eben nicht. Hat dir nicht viel gebracht. Hm. Unblockbarer Schaden. So. Was bewirkt die denn noch? Ah ja. Magischer Schaden bei den Unblockables. Der kriegt einmal zwei wegen Mundane. Ich warte auf die nächste Gelegenheit. Da ist er. So. Jo. Brauchst du erst gar nicht ausholen, Kollege. Das ist dir leider woanders hingelatscht. Was ich ein bisschen blöd finde. Blätt bis drei. War geil für die Schulter. Nein. Schulterperls. Nee. Damit käme ich auf Blättreihe. Das finde ich gerade interessanter. Du ignorierst den Geist jetzt da oben. Alla gut. Du hast es jetzt auf den Vampir abgesehen. Dann bitteschön. Ah, jetzt habe ich die Wege nicht gecheckt, ob ich damit weiterkomme. Verdammt. Das war jetzt dumm. Na gut. Heilt er sich. Na gut. Allerdings. Blutet der jetzt. So. Zack. Au. Das wird wehtun. Aber mit dem Bleed kriege ich dich vielleicht auch noch klein. Oh. Nein. Kriege ich nicht. Damit heile ich mich um eins. Oh, das rettet mich hoffentlich gerade. Wenn die fast wären. Ja. Verdammt. Wenn die fast wären. Will ich das jetzt überleben? Nein. Nein. Wenn die schnell gewesen wären. Aber natürlich kriegt man das Equip, dass einem die Attacken zu schnell macht. Erst später. Ach. Ne? So ein Level-3-Monstern. Oder so. Das ist das Problem. Die guten Sachen kriegst du bei höher-level-geren Monstern halt erst. Ne? Hmm. Ow. Nope. Hmm. Hmm. ist, du überlebst wegen Tenacious, weil sonst. Die ganzen Level 1 Minions sind auch um einiges fieser geworden in der Ultimate Edition. Das letzte Mal habe ich da immer mit dem Gralsritter gespielt. Ich habe nur gerade nicht das Geld, ihn freizuschalten. Was ist mit dem nochmal? Oh, das war mit den ganzen Favor-Räumen einfach gut. Bitte sei ein Guter. Nein, Pleidness. Pleidness finde ich doof. Ich habe leider wieder nur so einen blöden Albino-Koblin oder das andere? Sind beide Kacke zu überkämpfen. Das war meine Div. Da habe ich meine Show-Off verloren. Leider. Wenn es weiß ich jetzt, was du immer vorhast. Oh. Ich weiß nur nicht, ob mir das was bringt. Oh, vielleicht. Ich brauche mehr Schaden. Ich kann Fendt nächste Runde benutzen. So. Dann wird das was. So. So. Schiebrille. Mhm. Uh, magische Angriffe. Das gegen den Golem da drüben natürlich gleich nützlich. Sogar mit Heilung. Also Grove-Schule. Leider blind. Für einen Kampf. Na ja, ich kann da schon mal einen Weg hinbauen. Äh, und das war's, weil die passen da leider nicht. Hm. So einen da hinzusetzen, ist eine dumme Idee. Das werde ich nicht tun. Also muss ich da außenrum bauen. Darauf habe ich keinen Bock. Nee, nee. Ich gucke, dass wir da unten rumkommen. Ich habe keine Ahnung, was deine Attacke bewirkt. Dankeschön. Karte abwerfen. Leider die Heilkarte. Au. Deine Heilung versaut. Das ist gut. Den Show-Off nutzen. Na, dann bist du doch noch auf ein Leben. Gewonnen. Yes. Jade lebt noch. Oh, du Masker. Oder die Toga. Die bringt gleich bis hin. Vier. Crossbow. Na, dann finde ich die Sache. Nee, nimm die Toga. Mehr Magie für den Swashbubbler. Zwei Founden Rooms. Mene, mene, muu. Nee. Yay. Sehr schön. Leider nix, wo ich hier weiterkomme. Na, dann stellen wir da hin. Spätestens da müssen wir uns eh mit einem Troll anlegen. Dann kann ich die nächsten drei Karten, die ich legen kann, hoffentlich gut in Wege stecken. Schauen wir mal. Damit haben wir schon mal ein bisschen extra Leben. Und Magie tut dir weh. Und was wird dir auch wehtun durch den Show-Off? Perfekt. Drei noch. Hm, hm, hm. Wenn ich's blocke, heilst du nicht. Aber wenn ich dat mache... Ach, komm. Das kommt ungefähr aufs selbe raus. Damit müsstest du umfallen. Bringt ihm halt weniger mit der Stupide, die Karte, ne? Amor und Fury. Vielleicht diese Sachen. Fireblast bis Amor. Amor allerdings bis zwei. Und Fury. Fury ist, glaube ich, gut für dich. Hier, setzen wir mal den Wolf auf. Gucken, ob uns das gegen den Troll was bringt. Oh, ja. Der Anfang läuft schon mal gut. Der hat nämlich auch Fury. Da muss ich aufpassen. Aber wenn ich mich ordentlich mit Herzen umhalte... Oh. Show-Off. Jetzt hat er nur noch ein Leben. Und ich hab ne Menge Leben. Ja, gut. Er leider auch. Naja, drei. Damit würde er sich selber töten. Mach ruhig. So. Hui. Jade hat, glaube ich, gerade echt gute Karten. Nein. Holi gefällt mir immer noch besser. Amor bis drei. Ja. Die Defensivseite ausbauen. Gegen das Erdelement da unten. Das geht auf jeden Fall. Wenn ich allerdings den baue, muss ich den... Ja, muss ich den Weg halt ein bisschen so außenrum machen. Ich werde jetzt keine weiteren Monster zwischenschalten. Auch... Ja, Loot, Gears, Sold, natürlich extra Coins, aber... Oh, die Karte ist doof. Ah. Ich hab jetzt gerade eine echt gute Kombination auf dem. Das sollten wir irgendwie nutzen. So wie es ist. Hm. Hm. Alle meine Karten sind doof. Das ist nur bei Six Success. Na gut. Oh, warum nicht? Da ist ein wirklich. Zack, zack, zack. Damit kann ich mich wieder ein bisschen heilen. Ich bekomme den Show-off-Bonus. Und damit hau ich dich weg. So. Ja, Amor und so. Verteidigungssache war eine gute Idee. Code of Thorns. Okay. Die Weinschir. Ich weiß nicht, ob ich den abgeben will. Da ist halt wieder Eviscerade drin. Hm. Nee, ich bleib so. Ich bleib so. Da kommt er, der Troje. Ich laufe eh nur ein Feld. Also. Dann kann ich hier den Weg weitermachen. So. Fountain of Power gegen den Troll. Ja, das fängt ja immer gut an. Heilt er sich erst mal zwei. So. Nee, da sieht schmerzhaft aus. Hm. Geht leider nicht drei Schaden zusammen. Ja, schön, dass du physischen Schaden blockst. Ich kann auch magischen Schaden anrichten. Dann wird der Troll erledigt. Jetzt muss ich ihn halt noch da auf den Edelstein locken, ne? Guck mal. Man kann Show of sogar über ein Item an einen anderen bekommen. Also einen anderen Dungenier, der das nicht automatisch hat. Plus one to all healing. Ja, verlockend. Aber ich verliere halt. Ich würde aber nur Brace all verlieren. Plus eins auf alle Heilung. Macht eigentlich hier bei einem Boss Sinn. Nicht hier bei den Viechern. Bei einem Boss, ja. Da würde ich das Mariner Ding nehmen. Was wolltest du denn da gerade in den Chat schreiben? Ein Link? Link gehen nicht wegen der ganzen Pots. Du hast mir was auf WhatsApp dann wahrscheinlich geschickt. Nein? Nein. Ein Clip. Den musst du mir auf WhatsApp schicken. Na, wobei... Ja, da musst du erst ganz umständlich auf dem Handy machen. Discord. Oh, weh. Oh, Gladi hat im Stream was geklippt. Muss ich mir nach dem Stream mal anschauen. Ah. Bei unserem letzten Valguero-Abenteuer, da sind ja so viele gute Clips entstanden. Ah, da hast du gute Sachen geklippt. Ah. Ah. Du fandest das gerade irgendwie witzig vom Satzbau, als ich da was mit gute Kombi gesagt habe. Oh. Ja, manchmal will ich sehr merkwürdige Sätze. Solange man mich trotzdem noch versteht, ist ja gut. Hehe. So. Oh. Oh. Oh, Lut. So. Ah. Clairvoyance. Okay. Ah, man musste doch nicht kämpfen. Ne, für den Favor-Punkt muss man kämpfen. Aber nicht für die Fontäne. Also diese... Ich stacke fünfmal eine Fontäne-Aufgabe. Ginge tatsächlich irgendwie... Oh. Oh, zweimal dieselbe. Okay, das ist ein bisschen bescheuert. Das hat natürlich jetzt nichts gebracht. Ich muss nur noch diesen Edelstein da einsammeln. So. Eigentlich war es Unsinn, so den Go-Länder hochzubauen. Aber gut. Hm. Zack, 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 zack. So, und schon lebt er nicht mehr lange. Alter, halt er das. Ach, verdammt. So, aber jetzt... Mit dem Show-Off-Bonus reicht das. Tada. Äh, Lut ist jetzt egal. Nimm den letzten Klunker mit, damit ich auch vorankomme hier. Der Show-Off ist quite a bore. Und das ist der Start-Hand. Uh. Aber was wir hier, nächstes in der Tür, wird sicherlich du running. Mach mir keine Angst. Es sind schon so viele gestorben, Bade. Ich langt langsam. Ich glaube, mit Jade wird das langsamer was. Okay. Und da ist der Start-Hand. Так, ich glaube, es ist ein bisschen mehr und verbaut. Aber wie wir lieber von Ihnen das als Kind, was wir hier, dass jemand hier einfach nicht viel mehr gibt. Und ich glaube, es hat mit dem Kopf, dass das glaube ich mir wieder äh, Und ich glaube, es war nicht mehr. Und ich glaube, dass wir das jetzt, dass es nicht mehr so viele Gericht nimmt. Vielen Dank.